Wir schwitzen in Staub und glühenden Trümmern, beben wie Tiere, auf die Erde gepresst unter dem Wüten der Flugzeuge. Abends kehren wir dann, zerbrochen von der Mühe und ausgedörrt vom Durst, ins Lager zurück, an den langen und windigen Abenden des polnischen Sommers. Und im Lager finden wir das unterste zuoberst gekehrt, kein Wasser zum Trinken oder Waschen, keine Suppe für die ausgelockten Adern, kein Licht, um sein Stück Brot vor dem Hunger des Anderen zu schützen und morgens Schuhe und Kleidung in der finsteren, schreienden Höllengrube des Blocks wiederzufinden. In Buna reagieren die deutschen Zivilisten mit der Wut des selbstsicheren Menschen, der aus langem Herrschertraum erwacht ist, nun seinen Untergang vor Augen sieht und nicht fassen kann. Auch die Reichsdeutschen im Lager, die politischen Inbegriffen, spüren in der Stunde der Gefahr wieder die Verbundenheit mit Blut und Boden. Dieser neue Umstand bringt den Wirrwarr von Hass und Unverständnis auf seine elementarste Form zurück, bewirkt eine nochmalige Scheidung der beiden Lager. Die politischen, nicht anders als die grünen Winkel und die SS, erkennen, zu Recht oder Unrecht, auf jedem unserer Gesichter die Schadenfreude und die böse Lust der Rache. Darin sind sie sich einig und ihr Wüten verdoppelt sich. Kein Deutscher kann jetzt vergessen, dass wir auf der anderen Seite stehen, auf der Seite der furchtbaren Säleute, die jeder Absperrung zum Trotz den deutschen Himmel als Herren durchfurchen, die das stählerne Leben ihrer Werke zerbrechen, die Tag um Tag die Vernichtung bis in ihre Häuser tragen, in die nie zuvor geschändeten Häuser des deutschen Volkes. Wir selbst aber sind schon zu zerstört, um wirklich Furcht zu haben. Die wenigen, die noch richtig urteilen und richtig empfinden können, schöpfen aus den Luftangriffen neue Kraft und neue Hoffnung.